Die Bibel sagt, er hat Jonah verschluckt. Und wir haben gestern drüber gesprochen. Wir wissen nicht, wenn die Menschen Buße tun, wir wissen nicht, in welchem Stadium sie Buße tun. Denn was die Leute im Boot angeht, für sie ist Jonah tot. Wie heute. Wir richten Menschen, obwohl Gott sie immer noch erretten kann. Selbst in der letzten Minute. Selbst wenn keiner mehr sieht, was noch los ist. Gott kann sie immer noch retten. Ich weiß nicht, wo du heute bist. Egal, in welcher Situation du bist. Es sieht vielleicht beim Menschen unmöglich aus. Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Weil die Situation von Jonah unmöglich war mit Menschen. Und weil er rausgeworfen wurde und der Wal ihn verschluckt hat, hat jeder gesagt, jetzt ist es auf. Aber für Gott, das war der Anfang der Mission. Unser Gott ist ein Gott der Möglichkeiten. Wir sollten Menschen niemals aufgeben. Es ist niemals vorbei. Bis Gott sagt, es ist vorbei. Manche von uns wurden schon abgeschrieben, dass wir es nicht schaffen werden. Unsere Familie hat uns abgeschrieben. Unsere Freunde haben uns aufgegeben. Unsere Lehrer haben uns aufgegeben, dass wir es nicht schaffen im Leben. Aber Gott, aber Gott, aber Gott, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Aber Gott, es ist egal, wo du bist im Leben heute. Es gibt immer noch einen Gott im Himmel. Er ist ein Gott, der immer zurecht zur Zeit kommt. Er verändert sich nicht. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche heute Morgen. Ich möchte das zu wissen. Wenn du ein Leiter bist hier, gib niemals einen Menschen auf. Ich rede zu unseren Leitern. Es ist egal, wie lange sie unten waren. Es ist egal, wie weit sie rebelliert haben. Gott kann sie immer noch aufstehen lassen. In der letzten Minute. Und sie verwandeln. Und sie formen. Und sie gebrauchen. Somebody say Halleluja. Jemand Halleluja. Der Gott der Möglichkeiten. Wie kannst du das erklären? Jemand, ein großer Fisch, als ich diese Schriftstelle studiert habe heute Morgen, ich stelle mir gerne vor, dann habe ich gesagt, Gott, kannst du mir zeigen, wie der Fischbauch aussah? Und Gott sagt, ich will nicht mehr weg. Und Gott sagt, das wirst du nicht wirklich wissen. Wie auch immer der Fischbauch aussah, es sah aus wie eine Sackgasse. Es gibt nichts im Natürlichen, das ein Fischbauch geschaffen wäre, einen Menschen am Leben zu erhalten, für drei Tage. Und jetzt will ich das verbinden mit Jesus. Denn Jesus selbst in dem Auftrag war, und das Wort kam, und sie haben ihn gekreuzigt, und sie dachten, er sei tot, und sie haben ihn beerdigt, und sie haben ihn bedeckt, und sie haben einen Stein davor getan, vor seinem Grab, und dann haben sie Wachen aufgestellt, die römischen Soldaten aufgestellt, und sie haben sie dort überall vor das Grab aufgestellt, und sie alle gingen, und haben Party gemacht, wir haben ihn getötet, und sie wussten nicht, auch wenn es unmöglich aussah, mit Menschen, mit Gott, mit Gott, sind alle Dinge möglich. Er ist am Leben, er ist am Leben, er ist am Leben, Jesus ist am Leben, für immer da. Gott der Möglichkeiten, Gott der Möglichkeiten, Gott der Möglichkeiten, Gott der Möglichkeiten, das ist der Gott, den wir dienen. Er verändert sich nicht, er ist dasselbe, gestern, heute und für immer da. Höre mich, so wie wir euch ordinieren heute, wir möchten euch ermutigen. Das Wort, das ich mit euch lassen möchte, tut euer Beste, im Dienst des Herrn, gebt niemals einen Menschen auf, gebt niemals einen Menschen auf, gebt niemals einen Menschen auf, lasst uns aufstehen. going. Drei, oh, go. Vielen Dank.